Ein serbischer Kollege hatte diese Krabat-Geschichte in einem neuen Gewand aufgeschrieben. Am Ende gab es die Bodenreform und ich sollte das übersetzen und fand, dass hier ein großer Stoff drin steckt. Und ich konnte den Stoff nicht benennen. Mir schien diese Figur geeignet, das zu machen, was mir vorschwebte, nämlich eine serbische Epopée. Die Dimension des Krabat konnte man genauso ausweiten wie seinerzeit der Faust. Ich wusste, dass ich mich dort irgendwo in die Nähe begab, aber wollte nie natürlich einen serbischen Faust schreiben oder so etwas. Die Kritik hat später etwas davon gesagt, aber wann immer man den Urfragen nachgeht, kommt man unweigerlich in die Nähe vom Faust. Das ist gar nicht anders möglich. Krabat verkörpert alle Sehnsüchte und alle Erfahrungen des Volkes. Das aber war mir von vornherein klar, dass ich keinen Versuch machen würde, das etwa im Mittelalter oder Ende des Mittelalters anzusiedeln, weil mir dann die Möglichkeit nicht gegeben wäre, aktuelle Fragen hereinzunehmen. Immer noch waren meine aktuellen Fragen die Fragen nach der Möglichkeit des Weiterlebens des Volkes und damit im Zusammenhang natürlich, welche Gründe, ob man sie herausfinden könnte, dass es überhaupt noch existiert. Es gibt kaum Sorabismen bei mir, die sind ganz, ganz gering. Aber es ließe sich wohl nachweisen, wie der Einfluss der sorbischen Volkssprache die Art des Erzählens im Deutschen bei mir beeinflusst. Es geht nicht um das rein Lexikalische. Es gibt in der sorbischen Sprache für verschiedene Befindlichkeiten keine Worte, wie eine Bauernsprache das Wort zärtlich nicht kennt. Wenn ich diese Befindlichkeit zärtlich im Sorbischen schreiben wollte, so musste ich nach einem Mittel suchen, das in der Sprache selbst da war. Und ich fand manchmal etwas, was mir sehr schön schien. Und jetzt versuchte ich in der deutschen Version auch nicht einfach das Wort zärtlich zu nehmen, sondern aus dem, was ich im sorbischen Text erfahren hatte, das hinüberzunehmen. Das bedingt aber, dass ich unter Umständen an einem Wort hängen bleibe. Nämlich an dem, was ich ganz genau im Sorbischen empfinde oder sorbisch denkend weiß und im Deutschen nicht das Adäquate herausfinden kann. Hinterher sind das ganz, ganz einfache Sachen. In Wirklichkeit ist es schwierig und die besondere Art ist die Folge dessen, dass ich zwei Sprachen habe, die gleichwertig für mich sind und die doch auf zwei verschiedenen Ebenen angesiedelt sind. überhört, was ich dann noch nicht verstehe.